Liebe Retro-Fans, ein Traum wird wahr. Am 11. Mai 2024 kommt der erste Turtles-Film von 1990 für ein Event zurück ins Kino. Aber nicht nur das. Star-Regisseur Steve Barron, der nicht nur den ersten Turtles-Film gedreht hat, sondern auch viele Music-Videoklassiker wie Michael Jackson. Billie Jean kommt extra für dieses Event. Erlebe Turtles von 1990 endlich wieder im Kino mit dem Regisseur, stelle nach dem Film deine Fanfragen und mache danach noch ein Selfie mit Steve Barron. Dies ist eine einmalige Gelegenheit. Moderiert wird das Event von Sean David und Daniel Schröckert. Es gibt nur eine kleine Anzahl an Tickets. Bestelle dein Ticket jetzt auf www.legendsofcinema.com Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sean David TV mit zwei Hardcore-Typen. Typen und was anderes, das auch mit T anfängt. Hey, jetzt kommen die... Turtles-Fans sind wir. Hardcore-Turtles-Fans auch noch. Richtig. Also erstmal, ihr seht natürlich, Nizar ist wieder heute im Studio und natürlich bei diesem Thema hat er absolutes Vorrecht, denn wir sind in einer deiner Lieblings-Franchises angekommen. Wir reden heute über den Film Turtles 2. Yes, Baby, yes! So, wir machen eine kleine Zeitreise ins Jahr 1991. Wir haben kurz davor einen Film mitbekommen, der unsere gesamte Kindheit geprägt hat, nämlich Turtles 1, der ein sehr, sehr großer Überraschungserfolg war, dafür, dass es ein Independent-Film war. Wusste man nicht, wie das Ganze einschlagen wird. Haben wir nicht eine Folge gemacht? Ja, haben wir. Über den Film, ne? Ja, ja. Ja, okay. Super, cool, dass du das weißt noch. Ich bin noch alt. Ja, gerade mal ein halbes Jahr her. Und dann war natürlich das, was oft passiert, das Studio sieht von wegen, hey, da haben wir gerade eine Goldgrube, lass uns schnell Geld machen und direkt den nächsten Film hinterher schießen. So neun Stunden später wurde gedreht. Es ist wirklich so, der Film kam ein Jahr später schon in die Kinos. Ja, und überlegt mal, wenn man sich ein bisschen mit Filmproduktion auskennt, weiß man, was die dann angefangen haben. Das ist total absurd. Also es wurde einfach komplett sofort gesagt, ey, lass das ganz schnell zusammenwürfeln und ja. Aber ich wollte dich nicht in deine Einleitung unterbrechen. Alles gut, alles gut. Sorry. Das Thema zusammenwürfeln, da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt muss man dazu natürlich sagen, für diejenigen von euch, die nicht so bewandert sind in den ersten Turtles-Filmen, dadurch, dass es Teil 1 gegeben hat, gab es schon so ein bisschen, ja, die Origin-Story, wie das Ganze zustande gekommen ist. Der zweite Teil setzt so ein bisschen direkt danach an. Ja. Magst du uns kurz nochmal ein bisschen refreshen, was da so passiert ist in Teil 2? Also in Teil 2 leben die Turtles mittlerweile bei April O'Neil, weil denen ihr Geheimversteck, also ihre Wohnung, ihr Domizil in der Kanalisation, wurde ja von der Foot Gang entdeckt. Und die leben dann bei April O'Neil, solange sie noch einen weiteren Ort finden, wo sie dann wieder... Unterkommen können. Unterkommen können. Danke für den Tipp, manchmal fehlen mir die Worte. Alles gut. Das ist ja gut, dass Reden nicht dein Job ist. Ja, genau. Dann in dieser Zeit zeigt Splinter, weil die Turtles sind ja Teenager, Teenager stellen irgendwann Fragen, werden erwachsen, ey, wo kommen wir eigentlich her? Was der Sinn des Lebens? Was cracking? So, und dann sagt Splinter denn irgendwann, ja, guck mal, hier ist... Hier ist der Behälter von dem Muttergen. Ja, genau, von dem Muttergen, wo ihr hergekommen seid. Deswegen stellen die da Nachforschung an. Gleichzeitig, parallel dazu, ja, überlebt der Shredder. Er taucht so auf aus der Mülldeponie, wo der abgeladen wurde, während Tatsu und die Foot Gang sich versuchen wieder zu... Reformieren. Zu reformieren, ja. Und dann taucht Shredder natürlich wieder auf und dann kommt wieder der Kampf, ne. Shredder und Tatsu, beziehungsweise Shredder und die Foot Gang gegen die Turtles, mitgemischt mit Us, was benutzt wird, um neue Mutanten... Zu erschaffen? Zu erschaffen. Sag mal, was ist denn los hier? Muss ich dir den ganzen Text hier ausführlichen? Du bist mein Backup, FC. Du sagst mir mein Entreiben. Und ja, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Deswegen, dann ist es... Und dann kommt es halt wieder zum Showdown zwischen den Turtles und dem Shredder. Neue Akteure sind die zwei Mutanten, die Shredder extra schaffen lässt, um gegen die Turtles anzukommen. Richtig. Und Kino, Ernie Rice Jr. Ja, wir... Ja, okay, sorry. Ja, 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 ist auch gut. Ja, manchmal finde ich keine Worte, manchmal bin ich zu schnell, es tut mir leid. Aber ich lasse dir alles. Fühlt mich einfach durchs Gespräch. Das war meine Inhaltsangabe. Also es kommt zu einem erneuten Kampf zwischen Shredder und den Turtles, zwischen Gut und Böse. Und Shredder will die Stadt zerstören lassen und alle mutieren lassen. Und seine Motive und Intentionen sind natürlich sehr stark nachzuvollziehen. Ja, also du hast auf jeden Fall schon mal gut wiedergegeben, worum es in diesem Film geht. Fangen wir mal wieder von vorne an. Regie geführt wurde diesmal von Michael Pressman, nicht von Steve Barron, der Teil 1 gemacht hat. Und es wurde der Regisseur ausgetauscht, weil es schon bei Teil 1 Palawa gegeben hat, dass die Richtung zu düster ist, in die sich Turtles 1 bewegt. Was sich dann auch bewahrheitet hat, denn nach dem Release von Turtles 1 gab es ein riesiges Tamtam. Viele Eltern haben sich beschwert von wegen, das ist gar kein Kinderfilm, viel zu düster, viel zu brutal etc. Und aus Angst, dass ich das nochmal wiederholen würde, haben sie sich einen Regisseur geholt. Was denn? Handbremse gezogen. Handbremse gezogen, genau. Haben einen Regisseur geholt, den sie mehr unter Kontrolle haben. Denn Michael Pressman war jetzt kein etablierter Hollywood-Director, sondern der hat halt TV-Filme produziert und war halt wesentlich einfacher, so zu kontrollieren. Und der hat sich auf jeden Fall gefügt, was so dieses Reduzieren von Brutalität und kindstgerechter Machen angeht. Man sieht halt schon die Veränderung vom Ton her komplett, oder? Ja, also als Kind muss man natürlich sagen, es gibt hier mit zwei Linsen. Als Kind habe ich das gar nicht gesehen. Richtig. Dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Zweimal so Teil zwei. Jetzt als Erwachsener sieht man es brutal. Also wirklich so, wie richtig für Kinder produziert. Also erst mal die alle Waffen außer Donatellos Bow, japanischer Ausdruck für diese Kampfkunststücke, kommen nicht zum Einsatz. Weder Leonardos Schwerter noch Raphael Tsai noch Michelangelo's Nunchak. Ninja Würste. Ninja Würste. Der einzige Moment, wie Leonardos Schwerter zustande kommen ist, er wirft sie so, damit die so im Dach stecken bleiben, damit er sich dran hängt. Also Gewalt komplett runtergefahren, sehr auf Cartoon mäßig. Vielleicht ist das auch, waren wir in Deutschland sowieso ein bisschen, haben wir, wir haben ja eh eine abgeschwächte Version bekommen durch diese Geräusche, die bei uns eingebaut wurden. Ja, man sieht es extrem. Man sieht es extrem, auch von der Thematik, also die Thematik des Films und die Dialoge sind auch viel kindgerechter. Es gibt ja richtige, also in Teil 1 sind ja viele Themen, mit denen sich Erwachsene identifizieren können. Vaterverlust, weise sein, Liebe, zwischenmenschliche Beziehung, Rache, Gelüste und so. Das ist aber in Teil 2 komplett runtergeschraubt. Das ist also wirklich wie so eine Film gewordene Cartoon-Folge. Einfach gut gegen böse, mit so ein paar Karate-Keks und Sprüchen. Richtig, genau. Was dann durch die Comic-Release, durch Razor und Toker. Genau. Nochmal, also die Rocksteady und Bebop-Ersatzfiguren. Weißt du, warum die ersetzt wurden? Ja, weißt du es auch? Ich wusste es, aber ich habe es nicht auf dem Schirm. Ich habe es jetzt gefragt, damit du es erzählst. Peter Laird und Kevin Eastman, also die Schöpfer von den Turtles, hatten da massive Probleme mit. Also wollten nicht, dass diese Charaktere in dem Film auftauchen. Weil? Weil sie gesagt haben, so von wegen, ey, nee, passt nicht. Also man muss dazu sagen, also die beiden Schöpfer blicken auch heute noch sehr, sehr kritisch auf den zweiten Teil runter. Was auch damals schon bei Teil 2 ein Problem war. Also was denen schon gegen den Strich gegangen ist, ist der Regisseurwechsel. Also da hatten sie schon ein riesiges Problem mit. Okay. Dann hatten sie ein Riesenproblem mit. Sie wollten eigentlich nicht, dass Shredder nochmal in Teil 2 auftaucht. So wurde dann aber trotzdem gemacht. Das heißt, da gab es dann schon von wegen, so finden wir nicht cool. Ja. So und dann wurden halt natürlich irgendwie Wege gesucht, wie man trotzdem noch miteinander arbeiten kann. Also ohne, dass das Tischtoe komplett zerschnitten wird. Darf ich jetzt einige Fragen? Ja. Als Fan auch. Also denkst du, dass die dagegen waren? Dass sie auch gesagt haben, Rocksteady Bebop, weil wir wissen ja, dass Eastman und Laird, die ja natürlich, die Comics sind ja ganz anders. Die haben ja aber ihre Rechte für den Cartoon verkauft. Das haben sie gemacht. Das wurde ja komplett geändert. Was aber teilweise auch gut ist, weil viele Sachen da gehören jetzt zum Turtles Mythos. Sie sind aber unendlich reich damit geworden. Denkst du, dass die bei den Filmen gesagt haben, ey, auch wenn uns das Geld gebracht hat, für die Filme wollen wir das nicht machen, weil wir haben gesehen, bei 1, ihr könnt unsere Version, obwohl bei 1 auch Sachen von den Cartoons drin sind. Denkst du, das hat da mitgespielt? Also wollten sie das trennen? Also ich frage mich, warum hatten die nicht diese Einstellung? Ja, bei den Cartoons haben wir unsere Rechte eh verkauft. Dann kann das ja auch sein. Und die haben ihre Rechte abgegeben. Das heißt, die waren vielleicht Beratende, hatten die Position, aber die durften ja eh nicht mitreden. Deswegen frage ich mich, warum die Produzenten das nicht über ihre Köpfe hinweg durchgesetzt haben. Die hätten ja auch sagen können, wie mit Shredder, Rocksteady und Bebop gehören zum Turtles Mythos. Wir wollen eh näher an den Cartoon. Wir bauen die ein. Ich kann es dir überhaupt nicht sagen. Ich weiß halt nur, dass generell, also Peter Laird und Kevin Eastman generell bei Teil 1 wesentlich entspannter waren und auch kooperativer. Also einer von den beiden hat glaube ich sogar ein Cameo, wo man den ganz hinten im Dunkeln irgendwie sieht. Und bei Teil 2 waren die schon wesentlich skeptischer. Und ich glaube, dass die natürlich, auch wenn die Rechte abgetreten haben, haben die ja trotzdem noch eine, also die ganze Fan-Community darf man ja auch nicht unterschätzen. Die hingen denen ja an den Lippen. Und wenn die irgendwie breitgetreten hätten von wegen, ey, wir finden total scheiße, was die bei Teil 2 machen, etc. Die haben ja schon Einfluss da. Es ist aber mit Michael Pressman, um jetzt wieder den Bogen zu schlagen, also der Regisseur ist nicht der Einzige, der ausgetauscht wurde. Auch April O'Neill, im ersten Teil von Judith Hope gespielt, wurde ausgetauscht durch Paige Turco, was mir damals als Kind schon sehr missfallen hat, weil ich nicht verstanden habe, so hey, ich habe die Filme innerhalb von einem Jahr im Kino gesehen. Warum ist, das ist doch jetzt nicht April. So, es hat mich massiv gestört. Ich habe mit Judith Hope, also mit der Originaldarstellerin, auch diverse Male Kontakte gehabt, auch Interviews geführt und auch vor zwei Wochen, drei Wochen mit ihr noch geschrieben und so weiter. Super nett, super sympathisch. Nicht einfach. So, und sie wurde ausgetauscht, weil sie sich die ganze Zeit beim Set beschwert hat über die Arbeitsbedingungen. Okay. Wir wissen ja bei Hollywood, du hast ja mittlerweile auch einen Film produziert, dass dein guter Ruf und dein Benehmen das Wichtigste ist. Van Damme, bestes Beispiel, das hat sein Genick gebrochen. Ich weiß es selber, weil du mir von einem weiteren Filmprojekt erzählt hast, wo ich gefragt habe, ey, warum der, der hat sich immer benommen, ich kann mich auf den verlassen. Ich kenne selber viele Stuntmänner, Drehbuchautoren und so und die sagen, sowas spricht sich rum. Wenn du gutes Benehmen am Set hast, wirst du immer wieder eingeladen. Ja. Und dann wahrscheinlich, aber was meinst du, denkst du, sie war so Diva-mäßig oder wie soll sie gewesen sein? Ja, sie soll halt die ganze Zeit gemeckert haben von wegen, nee, da hab ich jetzt keinen Bock drauf und Leute, nee, das find ich jetzt doof und so weiter. Ja klar, dann sagen die, ey, wir wollen keinen Stress. Ja, und sie war halt zu dem Zeitpunkt halt No-Name, weißt du? Das ist keine Julia Roberts. Ja, und das ist halt auch nochmal das Ding, also das hab ich halt auch, also mir war das immer bewusst, aber ich erkenne halt auch jetzt noch mehr, wo ich in der Branche selber aktiv bin, halt so, ey, du musst halt auch deinen Marktwert kennen. So jeder, also so gut wie jeder ist ersetzbar. Jeder. Das muss dir halt bewusst sein. Ja, das muss dir bewusst sein. Vielen, äh, du kannst auch keine Star-Allüren haben und vor allem, wenn sie, es ist ja immer noch ihre bekannteste Rolle. Ist es, ist es. Die ist halt, also das muss man halt aber sagen, sie hat's bei Turtles 1 super gemacht. Super. Ich find, die ist halt die 1A April O'Neill, also wie aus dem Bilderbuch gemacht. Ja, super. So, und sie zum Beispiel, sie wird auch heute noch ohne Ende auf Comic-Cons in Amerika und so gebucht. Ja, also die wird's, ohne Ende kriegt die Gage. Sag ich ja, nur wegen diesem Film. Das heißt, hätte man sich eventuell besser benommen, hätte man da noch mehr rausholen können. Ja. Ist dir als, weil du sagst, als Kind ist dir das missfallen, äh, ist dir, weil das ist zum Beispiel, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, mir nur als Erwachsener aufgefallen auch, ist dir der Puppenwechsel aufgefallen? Ja. Das auch schon? Ja, ja. Das hab ich erst so, also nicht als Erwachsener. Weil es so ultra hart war. Ja, klar, da ist ja, das ist ja, ne, mir ist es erst so wirklich mit zwölf, dreizehn, vierzehn, da hab ich so, aber als, wie gesagt, so sechs, sieben, acht. Da ist mir das, ich muss ehrlich sagen, das ist mir nicht aufgefallen. Okay. Ich will jetzt hier nicht wie, ich wusste alles, rüberkommen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass mir bei vielen Serien und Filmen eine ganze Menge nicht aufgefallen ist. Aber ich war damals so in meinem Turtle-Film drin. Ich glaube, ich hab niemals mehr so krass ein Fanboy-Wesen in mir gehabt, wie zu dieser Turtles-Zeit. Also, es gab bei mir nix anderes außer Turtles im Fernsehen. Ja. So, und da war ich wirklich auch als kleines Kind schon super penibel. So, mir ist das mit April O'Neill logischerweise aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass die Puppen anders sind. Mir ist auch Synchronstimmenwechsel aufgefallen. Also, ich hab da dadurch, dass ich... Gut, ja, die Synchronstimmenwechsel, ja. Ist dir der Puppenwechsel, weil, die haben ja sehr gute Kritiken bekommen für diese Jim Henson-Puppenarbeit, ist dir der Puppenwechsel aber negativ aufgefallen? Also, du hast gesagt, okay, die sind anders, aber das hat dich nicht gestört. Und jetzt, als super nerdige Frage, was sind denn nur die einzigen zwei, die gelten? Design von Teil 1 oder 2? 1. Ja, sag ich auch. Ja. Also, wenn man wirklich Penny, und die haben es bei Teil 2 auch noch gut gemacht. die sind super die Puppen, aber ich finde halt nur von 1 einfach besser. Also, man muss ja dazu sagen, man kann das heute noch zeigen und das sieht aus wie so menschlich gewonnen Schickritten. Also, besser geht es halt einfach nicht so. Und bei Teil 2, es ist für mich ein minimales Downgrade, aber wir reden davon, Teil 1, besser geht es nicht zu Teil 2 sehr gut. Ja, so sieht es auch. Und wie es dann aussieht, wenn es nicht von diesen Künstlern gemacht wird, haben wir in Teil 3 gesehen, wo ich nach 3 Minuten im Kino, und ich weiß es noch, ich hab im Kino gedacht, was ist das? Als so 10-Jähriger. Wollte ich gerade sagen, und als Kind bist du leicht zu begeistern. Ja. Und wenn du als 10-Jähriger schon sagst, war ja bei mir genauso, ey, was ist das für eine Kacke? Dann weißt du, dass das schlecht ist. So, und bei Turtles 3 passiert ja auch immer das Gleiche. Alle 98 Jahre sage ich, komm, ich gucke jetzt nicht nur 1 und 2, ich gucke 3 auch nochmal. Und dann gucke ich und noch nie hab ich nicht danach gesagt, wieso hab ich das jetzt wieder geguckt? Ich hab wieder meine Zeit verschwindet. Geht mir genauso. Bei mir genauso wie bei American Fighter 5. Da ist man so ein bisschen lernbehindert. Man lernt einfach nicht, ey, es könnte ja jetzt besser sein. Nein! Nein! Es bleibt scheiße. Aber gut. ja, dann kommen wir wie gesagt zu Paige Turco, die April gespielt hat. Ich finde, sie macht es okay, ihr fehlt aber das Charisma und die Ausstrahlung die April im ersten Teil hat. Komplett. Sie ist mir auch so einen Tick zu auf schön gemacht. Ja, ja. Genau. April war so die von nebenan. Von Street. Ja, April genau, von Street. So Straßen, Street Smart. Ja, Die war so die von nebenan. Genau. Die war einfach eine coole Socke. Richtig. Deswegen Paige ist mir so zu geleckt. Richtig, genau. Mir auch. Ein zu braves, nettes Mädel einfach. Nicht diese freche Reporterin, die auf Achse geht. Genau, genau, genau. Dann hast du vorhin schon jemanden angesprochen, Ernie Rice Jr., der in diesem Film, ich will mal Kato sagen, aber der heißt gar nicht. Kato ist Bruce Lee von Greenwood. Wie komme ich nochmal auf ihn? Kino. Kino spielt, genau. Aber K-E-N-O. Richtig. Und ich muss dazu sagen, als Kind fand ich den mega. Ich auch. Weil ich gedacht habe, boah, der ist ungefähr so alt wie ich und boah, guck mal, wie der fightet. Der darf mit den Turtles fighten. Ich will auch. Ja, Also der hat mich voll begeistert am Anfang. So, und ich finde, er macht es auch cool. Also sehe ich heute immer noch so, dass ich sage vom Weg, ey, der macht es cool. Es ist ja natürlich klar, warum sie ihn da reingepackt haben. Um noch mehr die Kinder zu begeistern. Von wegen, hey, damit kannst du dich identifizieren. Hat ja voll geklappt bei uns. Hat super geklappt. Was mich gewundert hat damals ist, also vor allem jetzt, also dieses Turtle Nerd sein, hört ja nicht auf. Sprich, ich habe ja jede Inkarnation von den Turtles mir angeguckt. Jede Cartoon Serie. Ich weiß, du bist da nicht mehr so aktuell drin. Was mich gewundert hat, viele Sachen, die auch von Teil 1 und 2 übernommen worden sind, Kino ist nie wieder irgendwo aufgetaucht. Also der ist einfach so ein Part von Teil 2 geblieben. Und weg vom Fenster. Weg. Und das hat mich immer gewundert, dass der nie wieder irgendwie aufgetaucht wurde, aufgegriffen, aufgetaucht ist, dass er nie wieder aufgegriffen wurde, auch nicht in den Comics. So nie wieder. Finde ich schade, weil ich finde, das wäre eigentlich so ein cooler Charakter, so ein menschlicher Typ, der kämpft. Ich kann mir aber auch teilweise vorstellen, jetzt als Erwachsener sehe ich das, dass die den einfach, das würde für mich Sinn ergeben, als Casey Jones Ersatz genommen haben. Ey, der Mensch, der mit denen kämpft und jetzt auch die anderen sagen, es gibt schon einen Casey Jones, weil die Frage ist, warum ist kein Casey Jones bei Teil 2? Ja, und das zum Beispiel hat Kevin Eastman und Peter Laird auch geärgert. Ja. So, und das ist auch das, was mich, ich erinnere mich auch dran, mir hat das auch gefehlt. Also ich habe mich gefragt, wo ist der? Weil ich weiß noch, von allen Sidekicks, die in der Zeichentrickserie zu sehen waren, Casey Jones war bei mir Love at first sight, sofort gedacht von wegen, geiler Typ. Und bei Teil 1, allein während Raphael sich kennenlernen, was auch so von den Comics übernommen wurde, brutale Szene. Cricket? Ja. Weißt du, warum er nicht mehr genommen wurde für Teil 2? Nein, du? Ich habe immer gefragt, es gibt ja nicht mal eine Erklärung. Das ist viel, viel, viel leicht, weil es auch wieder zu brutal war. Habe ich mir auch gesagt, Baseballschläger mit Cricket, mit Golfschläger, das sind ja alles so Waffen, mit denen auch Morde schon begangen wurden. Richtig. Und deswegen, weil sie die Gewalt rund, aber dann hätte ich mir gewünscht, dass die den einfach nehmen, ohne dass er diese Sache macht. Aber ich glaube auch, Eishockey im Amiland, wir müssen das ja immer aus Amilinsen sehen, gilt ja auch als Gewaltsport. Das wäre so die Erklärung. Aber was mir halt gefehlt hat bei Teil 2, das ist alles jetzt nur als Erwachsener. Es ist ja nicht mal eine Erklärung, nicht mal ein Satz, so ganz billig rausgeschrieben. Meistens, dass er nicht erwähnt wird von wegen, ja, Casey ist da auch da gerade. Wo ist Casey? Ja, der ist gerade im Urlaub mit seiner Mom. Das hätte schon gereicht, dann weißt du der Zweck. Aber nix, als hätte er nie existiert. Hm, hm, hm. So. Und vor allem, da müssen wir auch überlegen, die, die eins lieben, theoretisch kommt ja am Ende, was ja in Teil 1 die ganze Zeit aufgebaut wurde, Casey Jones mit April O'Neill zusammen. Hm. Was ist da? Wo ist das? Ja, der ist doch im Urlaub mit seiner Mama, hast du doch gerade gesagt. wenn man ja die Zeitspanne nimmt, jetzt ganz ehrlich, spielt Turtles 2 einen Tag nach Turtles 1. Ja, direkt danach. Weil die Müllabfuhr wirft dir, das spielt dir direkt danach. Sehr, sehr gute Punkte. Habe ich mir nie so Gedanken drüber gemacht. Hast du vollkommen recht. Ist mir aber als Kind so gar nicht im Kopf gewesen. Was mir aber jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, ist, als du, ähm, als du gesagt hast von wegen, äh, oh Gott, jetzt habe ich es original vergessen. Oh, ich hatte gerade so einen guten Punkt. Oh nein, oh nein, oh nein. Warte, Casey Jones, Casey Jones, Casey Jones, Casey Jones. Oh Mist, ich habe es vergessen. Und zwar, was, ach, ach, doch genau, jetzt war ich es wieder. Du hast gerade gesagt von wegen, man hätte Casey Jones ja einfach dazu rein schreiben können. Also ohne, dass er diese Sachen benutzt. Ja, ganz ehrlich, dann gucke ich mir aber Teil 3 an und sage, ey, lass doch Casey Jones bitte da draußen. Ja, boah, die haben den auch so verhunzt. Ey, die haben es dem so gegeben, den Arme. So ein Karaoke-Bar-Mitarbeiter, ja, egal. Der war so cool in Thailand. Okay, wie können wir Casey Jones komplett kaputt machen? Das, das krasse ist, Elias Coteas, der ist jetzt kein Star geworden, aber den sieht man ja immer hier oder da popt er auf. Ja, der ist immer noch ein Game. Ja, für mich ist der immer Casey Jones. Bedeutet, wenn ich irgendeinen Film sehe, wo so eine Nebenrolle spielt, irgendwie so ein Mitarbeiter, dann sage ich immer, ey, Casey Jones. Immer. Der ist Casey Jones. Ja. Was für eine coole Rolle, ey. Ich habe mit Ernie Reyes Junior vor einiger Zeit öfters mal geschrieben. Boah, ich bin ein ganz großer Fan, schon als Kind gewesen, von ganz vielen Sachen von ihm. Nicht der gesprächsiste Typ. Nee? Nee, er hatte auch gesundheitliche Probleme. Das weiß man ja. Ja, ja, genau. Deswegen, ähm, es ist sehr, sehr, sehr schade, weil der hat ja in den 90ern die ein oder anderen Rollen auch bekommen, ne? Ja, der hat auch so in diesem Hype, so, der noch bis Anfang der 90er ging, von Martial-Arts-Filmen, hat er ja auch Filme bekommen. Er war Surf Ninjas. Surf Ninjas, genau. Leslie Nielsen. Genau, also diese Kinderrollen mit dem Kampfsport. Ja, mit Kampfsport. Dann war diese TV-Serie Sidekicks, da war aber noch ein Kind. Richtig, genau. Hieß die Sidekicks? Sidekicks hieß die, genau. Richtig, genau. Es gibt ja auch noch Sidekicks mit Jonathan Brandes. Das war aber vor, sogar noch vor Turtles. Ja, genau, da war ja ein Kind noch. Richtig, genau. Der hat bei The Last Dragon mitgespielt und bei Red Sonja, dem absoluten Mega-Klassiker mit Leslie Nielsen. Ja, und Arnis Lieblings-Film. Ja, ja. Ja, da ist er auch dabei. Er hat ganz viel Stuntwork auch gemacht. Richtig, genau. Und was man ja auch bei ihm noch sagen muss, wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, dass er vorher schon was gemacht hat, nachher was gemacht hat. Ich glaube, für ihn waren die 90er Jahre echt das perfekte Zeitfenster, wo jemand wie er funktionieren kann. Ja, wo er funktionieren kann. Aber ich glaube auch, das sieht man ja auch an den zwei, drei Hauptrollen, die er gemacht hat, er hat sich natürlich auch gewünscht, so ein B-Movie-Marshal-Arts da zu werden. Dafür hat es leider nicht ganz gereicht. Was auch interessant ist, eventuell für die Fans, ist das Ernie Rice, Rice oder Raze, je nachdem, wie es ausgesprochen wird. Junior ist Donatello in Turtles 1. Ja, das wäre jetzt der nächste Funfact gewesen. Also beziehungsweise die Stunts. Ja, die Stunts, die Kampf-Szenen alle, ja. Genau, wo wir ja schon auch in unseren ersten Folgern, die du dich ja so glorreich erinnerst, drüber gesprochen haben, wie fett die Stunts und die Kampf-Szenen einfach in diesen Anzügen trotzdem aussehen. Weil es eine Hongkong-Produktion war. Golden Harvest. Ist unfassbar. Bevor wir jetzt uns zu sehr in den Charakteren verlieren, möchte ich ganz kurz noch den wichtigsten Menschen des Filmes ansprechen, und zwar Vanilla Ice, der mit dem Ninja-Rap Go Ninja, go Ninja, go. Yo, it's a green machine, gonna rock the town without being seen. Kann den ganzen Text auswärtig. So, das zeigt mal wieder so, wie die 90er getickt haben, von wegen, okay, wir brauchen jetzt irgendwas Populäres. Ja, und der populärste Rapper zu der Zeit war Vanilla Ice. Ja. Also, und was ein Beweis ist, was das funktioniert hat, weil für mich als Kind in diesem Zeitalter war Vanilla Ice alles. Ach krass, okay. So, also das erzähle ich auch immer sehr oft. Also meine erste eigene Platte, ne. Klar, ich habe immer die Michael-Jackson-Platten von meiner Mutter gehört und Prince und so, aber die erste eigene CD, die mir gehört hat, die meine Mutter mir gekauft hat, kann ich mich noch erinnern, war Vanilla Ice to the Extreme. Das heißt, das heißt, dazu habe ich auch dann so eine spezielle Bindung, weil das war das erste, meine CD und meine erste eigene CD und Vanilla Ice ist auch wirklich ein Grund, das klingt total absurd, wenn man heute darüber redet, dass ich so gut Englisch spreche, weil im Booklet von Vanilla Ice sind komplett die Texte drin gewesen und damals, weil man hatte kein Internet, wie hat ein Kind sich beschäftigt, ich habe dann wirklich das gelesen und dann konnte ich schon als 6-Jähriger Ice Ice Baby rappen, weil es da drin stand und dann konnte ich Collaborate and listen, Ice is back with a brand new invention. So und dann das der coolste Rapper zu der Zeit, was er, also natürlich die Erwachsenen fanden ihn so ein bisschen semi-gut eher semi-gut und peinlich eher, aber als Kind findest du den cool, als Kind war er eh, diese poppigen Sachen waren zugänglicher für dich, das heißt, ich fand MC Hammer cool und Vanilla Ice cool, Leute, die Snoop Dogg gehört haben, haben gesagt, was ist das denn für Hampelmänner? Der kann gar nicht rappen. Und dass er da drin war, das war für mich auch ein Argument für den Film nicht so, boah, Vanilla Ice ist in Turtles, der tanzt voll geil und die Frisur und wie der rappt und so, das hat, das war ein ganz besonderer Moment, das finde ich sehr, sehr cool, vor allem, weil es dieses Zeitfenster auch so gut einfängt. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist echt, der Film ist die perfekte Zeitkapsel für 91. Perfekte Zeitkapsel. Wir haben ja in einer anderen Folge bei Batman drüber gesprochen, dass zum Beispiel der Soundtrack von Prince gemacht wurde, beziehungsweise der, oder teilweise von Prince gemacht wurde und man sieht halt einfach auch die, die Gedankengänge, so wie können wir unsere Chancen erhöhen, dass unser Film ein Hit wird. Wir holen die populärsten Leute halt rein. Damals hat es funktioniert, heutzutage ist es halt kein Erfolgsgarant mehr. Ja. So, jetzt habe ich noch, bevor wir jetzt mal wirklich noch kurz in, in Fun Facts und unsere, unsere Review reingehen. Ja. Wusstest du, dass Shredder, als er Super Shredder geworden ist, wer sich dahinter verbirgt hat? Ja, einer meiner Lieblingswrestler aus der Kindheit, Diesel, aka Kevin Nash. So, und der passt auch, weil Kevin Nash ist ein Monster von, also überleg mal, man hat sich den Super Shredder angeguckt und man dachte, der ist unecht. Ja. Das ist einfach ein echter Mensch. Klar ist er natürlich ein Anzug, aber die Größe und so ist einfach echt. Und das war Kevin Nash, schade, dass das niemand weiß, weil der ist ja selber eine Marke, Diesel, und der war einer der größten und populärsten Wrestler zu der Zeit, aber einfach da, das zeigt auch, zu der Zeit noch nicht. Zu der Zeit war er, war er noch ein relativer, war aber, der war schon, 91 war da schon Diesel, meine ich. Ja, ja, aber der war da, also wenn er Diesel da war, war er noch nicht bekannt, weil die Zeit, wo es bei ihm richtig losging, das war ja so 93, 94 mit Razor Ramon zusammen. Ja, Razor Ramon, genau, das war 93, ja, du hast recht, du hast recht, aber, ja, okay, dann bringt das Argument, was für Nerds in einem Nerd-Kram. Ja, 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 rumgenerdet. Es ist aber 93. Ich liebe andere Leute, diskutieren über Atomspaltungen, wo wir einfach hängen geblieben. So, Fun Facts. Und ich möchte diesmal gar nicht so viel raushauen, weil ich tatsächlich eher mit dir analysieren möchte, wie wir den Film finden. Ich hab noch einen interessanten Punkt, und zwar, wenn wir uns die Charaktere angucken, da für mich ist immer so einer rausgestochen, den ich auch mal voll mochte, und das war Tatsu. Ja. So, den mochte ich halt immer, der hat immer so grimmig geguckt und so weiter, und gerade in Teil 1 war der so böse einfach. Der spricht, er hat kein Wort Englisch gesprochen, er hat kein Wort Englisch gesprochen, deswegen, aber das, das versteht man, weil, der sagt ja auch nur so, Ninja verschwindet. So, der sagt immer nur so ein Wort, und wahrscheinlich haben die denen das dann bei dem, bei dem Dreh auch gesagt, sag einfach im Englischen, ich glaub im Original sagt er auch, Ninjas disappear. Richtig, genau. So mit Japanischen. Und ich find's aber gut, dass sie ihn trotzdem gecastet haben, weil der Look hat so gut gepasst. So ein Zwischending, zwischen Foot Clan, Foot Clan, nicht Foot, Foot Gang, wie wir früher, ja, zwischen Foot Gang und, und Shredder, so das Mittelding, finde ich, war das ein guter. Dazu ist auch so ein Charakter, wo ich immer traurig war, dass der nie wiedergekommen ist, als so eine andere Version der Turtles, auch komplett. Ist er auch verschwunden? Auch ein Relikt aus den Filmen, das war auch geil so, weil er war, weil in der Cartoon-Serie zum Beispiel, waren ja alle Untertanen von Shredder, die waren ja alle unfähig. Und dann hast du ja beim Turtles endlich mal einen gesehen, der fähig ist, der kompetent ist, der führen kann, der selber kämpfen kann, und so, Schlangenäuter hoch, da haben die den zwar platt gemacht, aber egal. Ja, den hätte ich gern wieder gesehen. Der auch übrigens in sehr vielen amerikanischen Martial-Arts-Filmen mit spielt. Richtig, genau, der war auch gut dabei. Ja, 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 ja. So, kommen wir zur tatsächlichen Review. Hast du keinen Funfact mehr? Viele haben wir schon aufgegriffen. Also, nimm mal bitte alle, weil ich frage mich, ob du eine Sache weißt. Nee, hau raus. Okay, nee, die steht auch nicht drauf, ne? Okay, heißt aber nicht, dass ich es nicht trotzdem weiß. Weißt du, wer da einen Gastauftritt hat? Aber er war unbekannt. Wer war unbekannt? Also, er war unbekannt und zeitlich gesehen müsste es sogar, ja, ich würde es ja verraten, wenn, weißt du, es gibt ja die Szene, wo Kino irgendwann am Zaun steht, mit ganz vielen Martial-Artists, weil er bei der Foot Gang dieses Bewerbungsdinger macht. Und dann ruft Raphael doch ihn noch mal ganz schön hinter eine Tonne, ey, du gehst jetzt da rein und bla 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 bla. Und dann siehst du mehrere stehen. Ja, ja, okay, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, war der schwarz? Ja, Michael J. White. Ja, ja, ich weiß. Michael J. White. Vor Universal Soldier. Ja, ja, ja. Und wir sagen, Michael J. White ist bei den Ninja-Tour- und das ist auch so interessant für Martial-Arts-Movie-Fans, einfach der von Blood & Bone und von Underspiele 2 und den ganzen Filmen, die man kennt, der ist bei Turtles 2 und ich finde es schade, dass er keine Kampfszene bekommen hat, weil es gibt sogar ein Interview von Michael J. White, wo er darüber redet und dann haben wir ihn gefragt, warum bist du da? Und dann hat er selber gesagt, also genau wie bei dem Casting für Foot Gang, der hat gesagt, er war nicht in dieser Szene, weil die einfach gecastet haben damals, ey, wir brauchen ein paar junge, coole Leute, die böse stehen, sondern im Casting ein Call, also stand, wir brauchen Martial Artist, weil wir viele so Kampfszenen drehen wollen. Die wollten halt wahrscheinlich als Raphael oder Kino, während die die Foot Gang zeigen, da sieht man ja im Hintergrund immer so Fights. Ja, ja, genau. Genau. Und dann haben die mit Michael J. White wahrscheinlich auch so eine Szene gedreht, die es aber einfach nicht in den Film geschaffen hat. Ach, krass, ey. Ja, aber da siehst du mal, also der war ja schon bei vielen Filmen irgendwo mit dabei. Ja, ja. Wo er auch dabei gewesen hat, war The Toxic Avenger, aber der war nie auf meinem Schirm. Okay, bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Das war in Deutschland, hat das gar nicht so Fuß gefasst. Ach, krass, 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 krass. So, meine Review. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Und ich hab mir da intensiv drüber Gedanken gemacht. Ja. Ich mochte den Film immer. Ja. So bis heute auch. Ich hab immer noch einen sehr, sehr soften Spot für den und ich guck den auch immer noch alle drei, vier Jahre. Ja, ich auch. Ich glaube, sein größtes Problem ist, dass es Teil 1 gibt und wir gesehen haben, was machbar ist. Wenn man es perfekt macht. Richtig. Wenn es Teil 1 nicht gegeben hätte, würden wir heute über Teil 2 reden und sagen, ey, Teil 2, äh, Teil 1, dann ist ein unfassbar guter erster Turtles-Film und nur weil wir wissen, was wir heute wissen, wie gut unser wirklicher Teil 1 geworden ist, gehen wir so kritisch mit dem zweiten Teil um. Das ist meine Meinung. Meinst du, wir machen das unbewusst? Ja, ne? Ja. Die Sache ist, vielleicht liegt es auch am Zeitfenster. Du hast das eben sehr gut beschrieben, dass dich das komplett aus der Bank gewonnen hat, weil du gesagt hast, hä? Weil das war jetzt so direkt nacheinander. Ist das für mich eigentlich wie ein Guss? Obwohl es gar kein Guss ist. Es ist ein ganz klarer, äh, Cut? Schnitt, äh, der, äh, ich finde wieder keine Worte, der, des Styles. Also, es sind zwei unterschiedliche Filme, aber es fühlt sich trotzdem für dich wie einer an. Ja, ja, ja. Es ist schwierig für mich, das zu trennen, weil ich halt, Turtles 2 gehört auch zu meinen Filmen, die ich so regelmäßig gucke und die ich auch kaputt geguckt habe, tausendmal die Dialöge, die Dialoge sind einem bekannt, äh, man liebt so viel, lass meinen muskulösen Arm los. Ja, ja, genau. Das ist einfach, guck mal, man kann, du hast theoretisch recht, man kann ihm nicht 10 von 10 geben, weil damit verwässerst du deine 10 von 10 von 1. So, das heißt, ich muss jetzt hier wirklich die Fanbrille ausziehen, weil ich muss dir auch sagen, das muss ich dir auch sagen schon, ich hab noch nie in meinem Leben seit 91 Teil 1 nur für sich geguckt. Ich guck immer 1 und 2. Verstehe ich voll und ganz. Immer. Aber ich muss jetzt halt hier die Fanbrille ausziehen und wirklich auch diese Kritikpunkte muss man sich zu Herzen nehmen und dann musst du ihm eine 8 geben. Sag jetzt, kannst du eine 10 geben. Nein, eine 8, sag ich dann. Okay. Was sagst du? Ich geb ihm eine 6,9. Wow, echt? Mhm. Meinst du, ich war zu nett? Schau mal, es ist egal, ob du, es gibt keinen zu nett, weil du musst das aussprechen, was dein Herz dir sagt. Ja, 8, weil ich so gerne, ich guck den gerne. Ja, und wenn der Film dieses Standing bei dir hat, dann hat er eine 8. Ja, dann hat er eine 8, ja. Bei mir hat er eine 6,9, wohl wissend, dass es immer noch ein guter Turtles-Film ist, aber bei mir hat der erste Turtles-Film eine 8,3 oder 8,4 und ich zieh trotzdem eine große Linie zwischen den beiden, weil für mich der erste Turtles-Film gehört für mich, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, für dich ist der erste Batman-Film der beste Superhelden-Film. Wenn ich Turtles als Superhelden-Film packe, ist der mein Top 3. Hab ich nicht eben erzählt, ich hab bei mir auf Insta so eine Top-5-Stücke mit Ranking und da war Platz 2 Turtles. Ja, ich kann das voll verstehen. So, deswegen, der ist bei mir so hoch und ich find, dass das schon ein Riesenunterschied ist, aber 6,9 ist für mich für das, was Turtles ist, immer noch gut. Ja. Potenzial wäre der Film düsterer, so, und hätte man den selben Ton vom ersten beibehalten, glaub ich, hätte man da auch wieder ein 8,0er schaffen können. Ja, der Ton ist leider ... Ja, aber ich versteh auf jeden Fall, was du meinst. Er hat bei IONDB 6,0, ich versteh auch die Fans, die das so sehen, weil er eben viele Sachen falsch macht, die Teil 1 richtig gemacht hat. Ich glaub, ja, ich glaub, die Diskrepanz da ist ähnlich wie bei Ghostbusters, wo ja die Ghostbusters-Fans, aber es liegt doch daran, dass die auch alle so 10 Jahre älter sind als wir, die verhassen ja 2. Ich hab erst später erfahren, wie verachtet Teil 2 ist, dass man sich darüber lustig macht in Sketch-Sendungen und so, ich find groß, was das 2 haben war. Ich persönlich. Und ich frag mich manchmal, ob, wenn ich die jetzt nochmal beide hintereinander gucken würde, weil das hab ich gemacht vor zwei Jahren und da ist mir gar nicht dieser Quality-Drop aufgefallen. Mir schon. Aber im Ideal, ist es wirklich so, dass du sagst, das ist definitiv ein viel schlechterer Film. Ja, ja. Aber trotzdem auch noch cool. Ja, okay. Und so ist es bei Turtles, denkst du, ist das auch so, dass die Fans halt sagen, ey ... Der Quality-Drop, wenn der massiv ist, kommt's immer drauf an, von wo man droppt. Wenn du von mega krass ... Ey, das ist das Argument des Tages, stimmt. Da kann er nicht schlecht sein. Ja, wenn du von mega krass viel droppst, bist du aber vielleicht immer noch bei gut. Genau, weil wenn du von, sagen wir mal, jetzt so 10, 10 droppst, da bist du immer noch bei 6 oder 7, dann bist du immer noch ein guter Film. Ja, ja. Weil du droppst ja nicht von 5 von 10. Richtig. Stimmt, aber dann würde mir das ja in die Karten spielen, wenn ich sage, ey, 2 bei beiden sind gar nicht Rotz, weil die Leute tun ja so, als wäre das so voll die Ketzerei gewesen. Nee, 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 nee. So, und ich schau den immer noch gerne. Ja, ich schau den regelmäßig. So, und ich würde mir ja wünschen, dass wir einfach diese Art von Film weitermachen würden, mit den echten Puppen und einfach in diesem Style. Guck mal, ihr hattet keine großen Schauspieler damals, also es wäre ja kein Problem mit irgendwelchen No-Names, einfach in dem Style weiterdrehen und zack, hast du mich wieder im Kino. Und ich bin mir sicher, ganz, ganz viele aus meiner Altersgruppe. Ja, ja, ja. So, wir sind nicht so wählerisch. Gebt uns einfach nur, was wir wollen. Ja, ja. Liebe Leute, jetzt haben wir euch gesagt, was wir wollen. Jetzt seid ihr dran. Wollt doch mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr Turtles 2 findet. Wie findet ihr im Vergleich zu Teil 1? Trugt euch in den Kommentaren aus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf SeanDavidTV. Peace. Hallo Filmfans, ich bin die Jazz-Produzentin von SeanDavidTV. Wenn ihr das Video mochtet, lasst doch sehr gerne euer Like da oder abonniert den Kanal. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann geht das über Patreon. Einfach auf den unteren Link klicken, denn dafür bekommt ihr für einen kleinen Betrag exklusive Podcasts, in denen ihr namentlich genannt werden könnt und eure Fragen stellen könnt, die wir für euch beantworten. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.